Hi, ich bin der Fatih, ich bin der Schichtleiter von der Stanzabteilung bei der Firma Pinkhasa. In meinem Fuhrpark habe ich vier Stanzmaschinen und eine Kaschiermaschine. Das Tolle an meiner Abteilung ist, wir haben 16.000 Stanzräumen im Haus. Das bedeutet, wir haben 16.000 verschiedene Produkte. Wir produzieren jeden Tag was anderes. Als Stanzer muss man genau sein, präzise sein, also mehr wie genau. Man muss das gerne machen auf der Stanzmaschine. Wir haben die teuersten Maschinen, Hightech ohne Ende.